und damit herzlich willkommen auf meinem kanal zu einer zu einem neuen let's play und zwar ist es pt jetzt habe ich aus Versehen irgendwie auf japanisch gestellt das jetzt mies ich will jetzt aber auf deutsch haben und ja gut dann fang ich denke schmerz an und schon hier ist was hat denn hier ein tisch hier ist nichts in diesem raum nichts ja gehen wir mal hier lang ich das hasse freunde helft mir bitte dabei ja alter die wohnen aber schon lange keiner mehr kann das sein ja warum man kann hübsche frauen im zimmer nein man hat ein ast hallo was ist das was ist das alter war die spannende loch das ist ja nichts gehört aber was das Wartet mal, ich habe dieses Spiel ja schon mal in meinem Livestream gespielt. Wo ist die Alte? Hallo? Wo ist die Alte? Oh, da ist sie. Hallo? Komm zu Papa. Sieht ja schon hässlich aus vorne. Baaah! Oh, wie ich das liebe, ey. Ja, ich mache gerade noch einen Livestream, Jungs. Meine Freunde. Ja, die Kachel anzu, ne? Ja, die Kachel anzu, ne? Also einfach radikal alles anzu, was geht. Hm. Ich kann sie hören, sie kenne mich aus hell. Okay. Ja, 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 ja. Aber da finde ich jetzt natürlich mies, dass ich das Spiel nicht mal von neu starten kann. Das ist ja echt kacke. Warte, muss ich jetzt mal sagen. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Assozelle hier. Wow. Ist ja kaum mit Selle hier. Hallo? Hallo? Was ist hier, Alter, denn schon wieder? Da hinten ist sie. Ne. Ey, Olaf, uns. Komm mal rüber hier. Komm mal an die Sonne. Hallo? Wo ist die denn? Ich sehe ihn irgendwo. Ich sehe ihn irgendwo. Hm. Die war jetzt mal langweilig. Also dieses Spiel wird ja leider, also es sind Gerüchte natürlich, aber ich denke mal das stimmt auch, wird ja leider nicht hergestellt. Da sich die Entwickler ja ein bisschen verstresst haben und leider, weil Silent Hill mochte ich eigentlich sehr gerne auch schon auf der Playstation 2. Hallo? Es ist mein bester Freund auf dieser Welt. Er steht alleine, er ist ein Held. Ja, das ist hier mein bester Freund. Es ist im Spiel. Ja, das ist... Äh... Coint. Das ist kein richtiger Name. Ja, ist mir schon klar. Wir stehen hier an diesem Bild. Ich weiß nicht, was es hier quillt. Ich muss aufhören zu sehen. Forgive me, Lisa. There is a monster inside of me. Me? Me? There is a monster outside of me. Inside of me. Ich kann mal die ganze Zeit angucken. Ich bin derzeit mal aus. Schöner Tag, Freunde. Muss ich echt sagen. Echt super hier. Äh... Was soll ich denn jetzt hier... Schlag mal um auf... Kannst du mich bitte rauslassen? Lass mich bitte raus. Also ich mach nur Twitch wegen der Cam. Da wegen der Cam da. Wegen dieser Cam. Hier, deswegen. Mach ich das, weil äh... Mich juckt's. Mich puppeln. Und da ist ein Grafitschick vor. Ja, da ist sie wieder. Da kommt sie. Wuhuuu. Guck mal, wir müssen ein Telefon haben. Das Baby hat doch grad gelacht. Hallo. 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 Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Einfach wild drauf gucken, bis es irgendeinem nicht mehr geht. Oh 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 oh... Oh 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 oh... Baby, komm lass uns reden. Du bist doch bestimmt eine ganz nette Bestimmt bist du eine ganz ganz nette Mein bester Freund der Welt Das ist das Kind mit dem Kopf wie ein Alien Das ist ein Alienkind Wir haben jemand gesagt wenn ich so tausendmal hier ran so, dann müsste das dann dann funktionieren Wir kriegen die zweischminuten Vollfreunde, das kriegen wir hin auf jeden Fall Mein nicht immer, kannst du sie haben, dieses Teilchen kannst du es verstehen, ich werde ewig warten, wenn du kommst Das ist schön Pack dir in Eis und krabbel dir in Popperze Ach he Jetzt kommt die alte wieder, hat die Wir haben noch gar keine 0 Uhr Krass, davon steht die in deinem Fenster Ich werde mit dir eins Ich werde mit dir eins Ich ziehe wie hin, halt, ey Hä Was Das hat aber der andere mit mir gesprochen Was hat denn da jetzt gar mit mir gesprochen Vorne hier ist gar eine Action, hä Das nervt mich, ich hab kein Bock mehr Klingel doch Das gleich kommt zum Klingelton, Scooter Mein bester Freund und ich Was ist eigentlich Man hat ja auch mal gesagt, dass wenn ich hier länger ein Spiel rein gucke, steht die Alte auch mal hinter mir Ja, warte, ich hab kein Bock drauf Ja, warte, ich hab kein Bock drauf Hallo Da steht nix Hallo Wo steht die Alte denn Wo sind denn die Urlaubreifen heute Immer nach 0 Uhr, das kann doch nicht wahr sein Komm, wir drehen noch mal ne Runde Lauf doch mal bitte Komm, wir drehen sich einfach ne Runde Hallo Bin zu Hause Mal wieder Ja 13,59 Nein, es ist helldraus Oh, Fikker, naaah Komm, wenn die Alte mich nach einmal angreift, dann Hallo Ja, was bist du für süßer Ja, was bist du für ein Du für ein süßer Nein, ich muss aufhören Du bist ja süß Nein, ich hör jetzt aus wirklich Ist besser für mich Klingelton auch ne Herzkaps Herzkasper Ah, guck mal, mein Mantel Hab ich hier letztes Mal vergessen Hallo Da ist sie Da ist sie Hä? Und immer wieder, obwohl ich die sehe, zuck ich ein bisschen Boah Leck mich am Arsch Damit hab ich grad überhaupt nicht gerechnet Boah Mein armes Herz, ey, ihr könnt das doch nicht machen Lick mich im Arsch Lick mich im Arsch Ich warte jetzt wieder auf die Alte Ich will wissen, ob die das nochmal macht Traut sie sich nicht nochmal Die hat Angst zu mir Ich will jetzt eigentlich, dass das klingelt Klingeln 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 Bitte klingeln Bitte Komm bitte Komm schon bitte Oh komm schon Bitte Bitte Mein bester Freund Das kleine Kind Und ich Da kommt die Alte wieder Wo ist die Speckschwarte? Die Stachel Alte Stachel Alte Ich krieg dir erstmal wieder Schnappatmung Oh Gott ich Da Wo ist denn die Schnappatmung Alte? Wo ist denn die Schnappatmung Alte? Wo ist die Schnappatmung Alte? Sind irgendwo am chillen? Hm Schade Hallo. Ich glaube, ich gehe erstmal baden. Schnappatmungsalter! Das ist bestimmt Schnappatmungsaltes Kind. Stimmt. Freunde, ich glaube nicht, ihr dumm und dämlich. Also es ist für mich eher so ein Letztest, aber ich muss sagen, also ich finde das Spiel, ich habe es ja in einem Livestream, den ich gemacht habe, schon gespielt und ich finde es richtig gut. Und ich finde es auch eiskalt mies, dass sie es nicht rausbringen, weil es wäre eines der besten Spiele, die Sch... Special Feature hier. Gelb. Was geht los? Mein bester Freund im Gelb. Ja, das verschreckt die Welt. Geben mir blaues Licht. Schade. Geben mir blaues Licht. Schade. Freunde, ich hab... Ich bin schon wieder bei 17 Minuten, ey. Langsam kann es doch nicht wahr sein. Ich bin... Es nervig. Es nervig. Es nervig. Ich bin leider ein bisschen behindert geworden. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Hier, Auge. Hier, stirb. Radio, stirb. Ich zoome jetzt gleich einfach alles radikal an. Einfach radikal. Einfach radikal. Was hat das denn? Ein Teddy. Aaaaaah. Naja. Ich warte jetzt noch einmal auf die Alte und da mach ich glaube ich Schluss. Bis auf das, äh, bis auf Ditte da mit der Alten war das ja eigentlich, was hat gar gegrüselt. Ditte da mit der Alten war ja eigentlich langweilig, ne. Ich habe eine Nachricht und ich bin hier so frei und gehe einfach mitten im Let's Play da drauf. So, wo ist die Schnappatmungs-Alte? Schnappatmungs-Alte! Komm zu mir! Na komm! Komm zu mir! Schnappatmungs-Alte! Das ist der Schnappatmungs-Blues! Da hinten ist sie doch, die alte Schreckschraube. Ich habe Angst, dass die mich jetzt wieder angreift. Das war die... Schnappatmungs-Alte! Das ist der Schnappatmungs-Blues! Da! Blau! Ha! 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 Amma! Ich doch noch blaue Taschenlampe bekommen. Das finde ich schön. Das wäre ein Schwarzlicht, ne? Hallo! Egal, jetzt beende ich dieses Spiel mit einer blauen Taschenlampe. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Und aus rein! Tschüss! Euer T-Time!